yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren auf 187 straßenbande bounce mc und frauenarzt exe sie heißt das song das ist ein lyrics video das original habe ich nicht gefunden wahrscheinlich kommt das noch vielleicht kommt auch gar kein video aber bei der 187 gang ist es halt so dass sie ja gerne mal etwas später den song das musik wieder raus bringen ist ja auch gar kein problem ich habe einfach bock mir den song jetzt zu geben wir starten rein zusammen mit euch checkt checkt ab auf was ich schon reagiert habe wir haben schon nemo hinter uns wir haben schon luciano gemacht wir haben schon keine ahnung wen alles gebracht ich habe keinen plan in welcher rein folge ich das hochlade deswegen wir starten auf jeden fall rein gehen natürlich ganz kurz ach so stimmt wir haben ja keine infobox am start wir haben tolle vier kommentare ja 187 ist die gang keine ahnung ich kann nicht sagen wer es produced hat zum video können wir auch nicht viel sagen wahrscheinlich aber wird es vielleicht ich denke kann mir vorstellen dass es the crates produced hat und keine ahnung schaukassado vielleicht das video gemacht hat ist jetzt einfach mal geraten also übrigens ak außer kontrolle haben wir auch schon darauf reagiert okay wir können wenigstens haben wir hier lyrics am start leute können wir wenigstens so ein bisschen mitlesen ist immerhin auch etwas besser als einfach nur cover dazu haben okay und ich muss hier wie gesagt leute wenn es euch abfuckt ich kann nichts dafür es gibt den ein oder anderen den es abfuckt aber anders kriege ich es auch nicht online also wir müssen hier leider viel auf pause drücken ich kann da nichts ändern ich nehme vom ecstasy der hälfte und dann fresse ich sie auf ja also bis jetzt kommt kommt sehr sehr nice rein entspannter beat bei uns stimmen kennt man alles bis jetzt nichts auszusetzen natürlich nicht mal gucken in was für eine richtung der song sich noch entwickeln wird so frauenarzt das erste mal dass ich auf frauenarzt reagiere sag ich euch real talk und jetzt real talk keine ahnung die gehabt glaube ich noch nie ein song gehört vielleicht schon weiß ich nicht ich mag den flow irgendwie von bei uns gerade so der flow gerade auf dem beat wo ich sagen gefällt mir gerade gut also den flow kann er beibehalten gerade die box okay okay was war das für ein übergang baby dance of the beat wir rollen mit dem band die band kids real talk das hat das war hat sich gerade schon geil angehört ne okay 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 weiter weiter sind wir jetzt in der hoge drinnen okay in welchem song war das baby baby kann es sein dass ich einfach nur gerade an das snippet zurückdenke kann sein dass es die stelle im snippet einfach war schreibst mal rein in die kommentare ich krieg gerade an irgendwas erinnert mich gerade ja doch ich glaube ich glaube mit dem dj scratch und so alles ich glaube das war im snippet kann mich auch jetzt täuschen aber hört sich will dann gerade also sage ich euch ganz ehrlich die hoch die hoch die ich noch mal hören damit ich fazit technisch was dazu sagen kann aber positiv überrascht die stimme direkt so viel wie kann man so in einen part reinkommen böse 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 vor allem bei uns vor allem wir haben wir hören erst mal erster part eine tiefere stimme jetzt haben wir eine höhere stimme ich muss sagen so nächster künstler andere stimme fühle ich als wenn die künstler eine gleiche stimme haben okay was für eine richtung geht das braucht keine masche ich habe asche auf tasche aber ich muss sagen wir haben jetzt gerade die erste ja also ungefähr die erste hälfte hinter uns bisschen weniger aber gefällt mir gefällt mir vor allem die hoch die war sehr sehr unerwartet ja sehr unerwartet dieses alles klar digga so in der ältel hat auch gerade gut gepasst hat auch gerade gut gepasst ok ja wenigstens haben wir die lyrics hier können wenigstens mitlesen statt zwar kein video könnte mir vorstellen dass aber noch ein video kommen wird diese stimme böse ne muss ich sagen gefällt mir gut hier dieses oh baby dance auf dem beat wir rollen mit dem band super und kitz das ist so nicht so eine stelle die du mit rappen willst direkt du hörst die stelle das erste mal du willst direkt mit rappen safe also hoch je nachdem jetzt mega mega feiere ich aber auch dieses baby und wie perfekt dieses dj scratching da eingebaut wurde muss ich sagen sehr 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 passend so und dieses oh baby baby hat meiner meinung nach safe oven potenzial alter okay naja das ist schon ist schon geil ist schon geil gemacht also habe ich nichts krasses irgendwie auszusetzen beat gefällt mir stimmen gefallen mir hoch finde ich gefällt mir sehr 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 gut ich muss auch sagen bones der anfang hat mir sehr sehr gut gefallen digga so der flow muss ich sagen fand ich nice dieses autotune aber autotune effekt gerade so auf seiner stimme ist mega mega passend ist ja manchmal ne in manchen songs kommt ja auch gerne vor muss ich sagen passt auch auf diese tiefe stimme ist nicht zu viel autotune nicht zu wenig angenehm sorry dass ich beim drop pause drücker müssen war so können wir uns wenigstens noch ein letztes mal denke ich mal kommt die hook rein können wir uns die wenigstens noch ein bisschen länger geben oh sorry alter oh baby dance on the beat wir wollen mit dem band supern kiez du riechst auf dem fenster das riet Geld verdienen mit ecstasy oh baby baby ja wilder song Leute wilder 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 song groß und ganzen irgendwie glaube ich nichts auszusetzen ne habe ich irgendwas negatives gesagt was mir nicht gefallen hat ich glaube nicht digga perfekt so kann man auch ne reaction machen ne muss ich sagen gefällt mir irgendwie alles drum und dran passt ok also beat nice frauenarzt bones MC ecstasy wild machts gut Leute haut rein abonniert gerne den Kanal würde mich auch nochmal freuen machts gut haut rein und ciao wie gesagt ja mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020